Ich frage euch bestimmt, was wir heute hier eigentlich alles machen. Als allererstes werden Miriam und Paulina einen kurzen thematischen Einstieg geben ins Ernährungssystem. Miriam und Paulina haben die Webinarreihe auch organisiert. Und im Anschluss habe ich ein Gespräch mit unserem heutigen Gast, der Isabel, die gerade schon winkt. Genau, und da könnt ihr auch gerne auf jeden Fall Fragen mit reingeben. Und danach kommen wir zu einer kleinen Take-Home-Aufgabe oder Diskussion, wo ihr in kleinen Gruppen gemeinsam an einer Frage diskutieren könnt. Und ganz am Ende gibt es noch einen kleinen thematischen Abschluss. Und dann sind wir auch nach einer Stunde fertig. Genau, und damit leite ich über zu Miriam und Paulina für den kleinen thematischen Einstieg. Jo, danke dir. Genau. Erstmal nochmal off-topic. Nein, also es geht um, wir wollten uns einfach kurz vorstellen. Also Miriam und ich sind bei Econa aktiv. Das ist ein Projekt von Janun, also dem Jugendobeltnetzwerk in Niedersachsen. Und das ist eine Gruppe, die eigentlich in Lüneburg aktiv ist und sich mit nachhaltiger Ernährung und dem Ernährungssystem beschäftigt. Und ja, wie das gestaltet werden kann. Wir machen eigentlich viel so eher in Richtung Workshops und Bildungsarbeit. Haben zum Beispiel auch ein Wimmelbild entwickelt, so als Bildungsmaterial. Und genau, wenn ihr irgendwie später noch Fragen dazu habt, auch wie man mitmachen kann oder so, falls ihr zufällig in Lüneburg seid, könnt ihr dazu gerne später noch mehr fragen. Genau, in diesem ganzen Gedenke ums Ernährungssystem haben wir uns diese Rögnarreihe quasi ausgedacht. Genau, Miri kann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, genau. Erstmal hallo auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Als das mit den Corona-Zahlen in die Höhe stieg und immer mehr Maßnahmen erlassen wurden, um die Pandemie einzudämmen, hatten wir das Gefühl, dass über bestimmte Aspekte, wie sich Corona auf das Ernährungssystem auswirkt, in den Medien berichtet wird oder die Thema sind und zum Beispiel ja hervorkommen, obwohl sie vielleicht schon immer ein Thema waren, aber jetzt irgendwie präsenter werden, wie zum Beispiel, dass ErntehelferInnen nicht einreisen konnten und dadurch natürlich auf den Feldern gefehlt haben. Und wir hatten das Gefühl, dass die Auswirkungen von Corona auf das Ernährungssystem noch deutlich größer sind als diese einzelnen Aspekte, die in den Medien diskutiert wurden und wollten gerne mehr verschiedene Perspektiven auf das Thema sichtbar machen und ihnen eine Stimme geben und so ein bisschen dadurch zusammenpuzzeln, wie das Ernährungssystem gerade eigentlich aussieht und wie es durch Corona beeinträchtigt wird und auch was für Chancen oder Risiken sich dadurch für eine nachhaltige Gestaltung vom Ernährungssystem vielleicht herausbilden. Das war so unsere Grundidee dabei, weswegen wir diese Seminarreihe ins Leben gerufen haben. Ja, genau. Und vielleicht noch kurz zum Ernährungssystem, was das so ist. Dazu haben wir uns dieses etwas, genau, sehr basic Darstellung davon irgendwie mal überlegt. Genau, und hatten schon in unserer ersten Folge haben wir mit LandwirtInnen geredet, dann genau auch mit Leuten, die Cafés besitzen oder da arbeiten, letzte Woche mit einem Unverpacktladen und heute halt mit Foodsharing. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo zwischen Handel und EndverbraucherInnen. Genau, und ja, für uns wird irgendwie immer deutlicher, dass es total viele Abhängigkeiten gibt, wo auch irgendwie viel die negativen Seiten bei rauskommen, gerade bei Corona. Aber dass vielleicht auch gerade diese Abhängigkeiten ja auch irgendwie Verbindungen sind, die man vielleicht auch nutzen kann, um eben die Wertschätzung für Lebensmittel zu erhöhen und dass das vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt ist, irgendwie um etwas Positives zu verändern. Genau, ich weiß nicht, mir möchte ich vielleicht noch kurz was sagen, was letzte Woche so hängen geblieben ist. Genau, was die vorherigen Folgen angeht, dazu haben wir auch kleine Zusammenfassungen in einem Pad, aber genau, wir wollen euch nicht mit alten Zeugs langweiligen. Genau, vielleicht nur ganz kurz ein, zwei Fragen oder Eindrücke. Wir haben letzte Woche mit Ingo gesprochen, der in einem Unverpacktladen arbeitet und das war sehr spannend zu beobachten, dass dort zuerst die Einbrüche tatsächlich etwas zurückgegangen sind, weil die Leute vielleicht dem Unverpackten in dieser ja doch speziellen Situation nicht mehr so vertraut haben und sie dann eben viel Kommunikationsarbeit betreiben mussten, um halt zu zeigen, dass sie schon immer sehr hygienisch gearbeitet haben und ja auch arbeiten müssen, weil sie ja mit unverpackten Lebensmitteln arbeiten, was jetzt auch eben dazu führt, dass ja trotzdem wieder viele Stammkunden da sind und bleiben und sich eben auch schon einige Leute, obwohl natürlich, ich sage mal so, das Einkaufserlebnis gerade nicht mehr so angenehm ist wie sonst, viele Leute auch trotzdem so bedankt haben, dass sie trotzdem noch offen haben, trotz der Situation. Das ist auch was, was wir in der Folge vorher bei Frieda und Denise, die beide Cafés betreiben, gemerkt haben. Sie haben versucht, mit der Schließung so umzugehen, dass sie eben alternative Formen, wie zum Beispiel Lieferdienste oder Fensterverkauf etablieren und da eben auch viele Kunden, Kundinnen sehr dankbar waren, dass sie nach wie vor eben aktiv sind und genau beim Unverpacktladen war relativ klar, okay, naja, die Belieferung mit Lebensmitteln ist natürlich systemrelevant und da sind auch die unverpackten Lebensmittel im Unverpacktladen auch ein Teil von. Das ist vielleicht bei den Cafés zum Beispiel nicht so eindeutig gewesen, doch da hängen eben auch viele mit dran, wie zum Beispiel die Produzenten, die Produzentinnen, die wir in der ersten Folge hatten, da haben wir mit zwei LandwirtInnen geredet, die eben auch davon abhängig sind, natürlich ihre Sachen verkaufen zu können. Insofern haben wir schon gemerkt, es gibt sehr viele Verknüpfungen zwischen den einzelnen Akteuren, Akteurinnen und genau heute bekommen wir nochmal einen spannenden Blick an das Ende der Kette sozusagen, an die Lebensmittel, die irgendwie bei niemandem gelandet sind. Ja, vielen Dank euch beiden für den schönen Einstieg und an der Stelle möchte ich auch alle nochmal willkommen heißen, die in den letzten Minuten so dazugestoßen sind. Schön, dass auch ihr da seid. Und genau, jetzt möchte ich Isabel auf unserer kleinen virtuellen Bühne begrüßen. Auch schön, dass du da bist heute. Danke. Isabel ist seit der Gründung von Foodsharing im Dezember 2012 mit bei Foodsharing dabei und seit drei Jahren auch Botschafterin für Foodsharing in Bonn. Also hat eine Art leitende Funktion in der Gruppe, organisiert Veranstaltungen für Foodsharing, ist für die überregionale Vernetzung von Foodsharing zuständig und genau leitet viele andere Sachen dort und macht natürlich auch immer mal wieder Abholungen. Und genau, Isabel, vielleicht möchtest du nochmal kurz ein paar Worte zu Foodsharing sagen, wie genau funktioniert das? Ja, gerne. Danke erstmal, auch für den Einstieg von mir. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele von euch schon Foodsharing kennen. Im Prinzip geht es bei uns darum, Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren, die man eigentlich noch essen kann. Also es ist so, in Deutschland werden ungefähr 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln pro Jahr weggeworfen. Und das eigentlich Schlimme daran ist nicht, also die Zahl an sich ist auch übel, aber 10 Millionen Tonnen davon wären halt noch essbar gewesen. Und das ist halt das, wo wir uns dann einsetzen, eben diese 10 Millionen Tonnen irgendwie noch vor der Tonne zu bewahren. Und das läuft so über, naja, ich sag mal zwei Felder. Das ist einmal die aktive Lebensmittelretterarbeit. Das heißt, wir bauen immer so lokal Kooperationen auch, mit beispielsweise Supermärkten, mit Bäckereien, mit Cafés, mit allem, was man sich so vorstellen kann, wo es eben Lebensmittel in irgendeiner Form gibt. und ja, gehen mit denen eben Kooperationen ein, dass diese uns die Lebensmittel geben, die sie sonst entsorgen würden und verteilen die eben weiter. Das ist so ein bisschen das Prinzip der Tafel, nur dass es bei uns eben nicht darauf ankommt, wer es dann im Endeffekt ist, sondern dass es überhaupt gegessen wird. Das heißt, das ist egal, wer es dann konsumiert. Hauptsache, es wird gegessen. Und auf der anderen Seite gibt es diese, ich sag mal etwas niedrigschwelligere Arbeit, diese Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit. Wir versuchen sehr viel im Bereich Bildung zu machen, Aufklärung von VerbraucherInnen in Bezug auf Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelwertschätzung, Ernährungssouveränität, Ernährungssicherheit, und so diese ganzen Schlagwörter, die man im Prinzip kennt, und eben aufzuzeigen, wie man sich den Lebensmitteln wertschätzend gegenüber verhalten kann, wie man besser planen kann, und so weiter und so fort. Und das passiert auf der einen Seite natürlich über ganz klassisch Interaktion mit Menschen, dass man sich, dass man in eine Schule geht, dass man vielleicht auf irgendwelchen Stadtfesten steht und mit den VerbraucherInnen Spiele macht, oder sowas. Auf der anderen Seite aber auch beispielsweise über öffentliche Kühlschränke, öffentliche Schränke, wo eben alle Menschen Lebensmittel reintun können, die sie nicht mehr verwenden möchten oder nicht mehr essen möchten, und sich eben genauso gut aber auch Lebensmittel rausnehmen können. Das sind die sogenannten Verteiler, und die gibt es im Prinzip, also bei uns gibt es, ich glaube, neun oder so im ganzen Stadtgebiet. Es ist aber von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Und ja, ach so, sorry, ich habe gar nicht gesehen, dass da jemand eine Frage gestellt hat, aber ja, Miriam hat da ganz korrekt drauf geantwortet. Das sind tatsächlich, ich meine, so um die 60, 65 Prozent sind bei den EndverbraucherInnen. also deswegen ist diese Aufklärungsarbeit tatsächlich extrem wichtig und meines Erachtens teilweise auch sehr unterschätzt. Genau. Ja, cool, dass ihr die Arbeit macht, auf jeden Fall. Super, ich glaube, wir haben in Lüneburg auch ein bis zwei Verteiler. In Sicherheit. Super, und zwei. Und es gibt ja auch ein Wimmelbild, was vor kurzem entstanden ist zum Thema Ernährungssouveränität. Und da hast du dir auch einen Ausschnitt ausgesucht. Den können wir ja alle sehen. Warum hast du dir denn diesen Ausschnitt ausgesucht? Ich fand den auf zwei Weisen sehr relevant für mich oder für das Thema und für Foodsharing. Auf der einen Seite sieht man da ganz klassisch eben die Container im Container, wie sie vom Mitarbeitenden ermahnt werden, dass sie doch da ausgehen sollen. Und das spielt natürlich ganz offensichtlich auch auf die Lebensmittelverständung an. Und auf der anderen Seite fand ich dieses Wort Superkonsum sehr ja eindrücklich. Einfach weil ich glaube, dass ganz oft vergessen wird, dass eben diese Überflussgesellschaft für einen Großteil der Verschwendung verantwortlich ist. Man nimmt das manchmal so ein bisschen hin, so von wegen ach ja, jetzt habe ich schon wieder Brot übrig oder so. Oder man rollt das Ganze dann immer so von hinten auf. Man hat so eine Perspektive, die irgendwie beim Endverbrauchenden ansetzt. Dabei muss man im Prinzip die komplette Kette betrachten, wenn man, vor allem wenn man über das Thema Lebensmittelverschwendung spricht, weil Lebensmittelverschwendung, auch wenn es Verschwendung heißt, passiert nicht zwingend immer nur beim Endverbrauchenden, sondern wirklich entlang der kompletten Lebensmittelkette. Und das können beispielsweise auch überzogene Handelsstandards sein. Das können, lass mich kurz nachdenken, also das kann alles Mögliche sein. Und im Endeffekt steht aber die mangelnde Wertschätzung und die Überflussgesellschaft, die eben nicht mehr wirklich weiß, wie oder was für einen Wert Lebensmittel eigentlich haben, weil sie monetär nicht mehr so viel wert sind, beispielsweise wie früher, hinter der Verschwendung. Und deswegen gilt es das eben, ja, darauf aufmerksam zu machen. Und deswegen fand ich dieses Superkonsum sehr schön. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, gleich mehr ins Gespräch einzutauchen. genau, für alle, die das Wimmelbild sich nochmal genauer angucken können, das könnt ihr online auf der Webseite von Janun sehen, genau, Miriam hat ja schon den Link in den Chat gepostet. Und in den nächsten, für die nächsten Minuten haben wir uns natürlich auch ein paar Fragen an Isabel überlegt, aber wir wollen euch alle dazu ermutigen, auf jeden Fall mitzudenken und Fragen in den Chat zu schreiben, die ihr an Isabel habt. Und ich werde die dann im Gespräch mit einbringen, auf jeden Fall. Genau. Ja, Isabel, was uns natürlich sehr interessiert ist, wie sich die Situation bei euch, bei Foodsharing in den letzten Wochen so verändert hat, durch Corona. Ist euch da was aufgefallen? Ja, also so Mitte März war, glaube ich, das Stressigste, was ich jemals bei Foodsharing mitgemacht habe, zumindest in meinen Zeiten als Botschafterin. da hat es halt gerade angefangen mit den ganzen Einschränkungen und da hatten wir wirklich das Gefühl, dass so im Stundentakt eine neue Regelung reinkam und wir irgendwie alles immer wieder über den Haufen werfen mussten und das war richtig anstrengend und ja, also die Problematik ist ja, also auf der einen Seite haben wir die Kontaktsperren und das führt halt dazu, Foodsharing ist im Prinzip ein soziales Netzwerk. Es geht nicht nur um Lebensmittel, sondern es geht darum, miteinander, also das heißt Foodsharing, man muss teilen und wenn ich niemanden zu teilen habe, ist das halt ein bisschen schwierig. Also bei uns ist es mittlerweile so, dass wir alle Abholungen alleine durchführen. Ich kann nur von Bonn sprechen, also es gibt so viele andere Bezirke, da läuft es anders. Wir haben aber beschlossen, dass wir wirklich alle Abholungen, auch Abholungen, wo man normalerweise zu Brit hingehen würde, alleine machen. Teilweise machen wir das mit gestaffelten Abholungen, das heißt, einer geht zum Beispiel um 18 Uhr zum Supermarkt und der andere kommt dann um 19 Uhr, wenn der andere schon weg ist, dass man sich einfach nicht begegnet. Bei uns sind alle Verteiler zu. Das ist auf der einen Seite, weil viele Verteiler eben auch in Einrichtungen waren, die einfach jetzt für den Publikumsverkehr geschlossen sind. Auf der anderen Seite möchten wir aber auch vermeiden, dass sich Menschenansammlungen an Verteilern bilden und das einfach ist eine Vorsichtsmaßnahme dann auch bei den Öffentlichen, also bei den Schränken, die wirklich nur draußen stehen, dass sich da erstens keine Menschen bilden, zweitens müssen wir die natürlich auch täglich putzen. Das heißt, gerade als es so akut war, wollten wir halt auch nicht, dass unsere Foodsaver extra rausgehen, nur um den Verteiler zu putzen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen die dann direkt komplett zu. Ja, und wir haben natürlich auch keine Treffen mehr, also es ist alles nur noch online. Wir haben unser monatliches Treffen, was wir normalerweise mit allen Foodsavern machen. Es findet jetzt online statt, unser Neulingstreffen findet online statt. Wir besprechen uns im Botschafterteam nicht mehr irgendwie persönlich, sondern es geht nur noch über auch so Zoom, Skype, Jitsi. Ja, also es ist alles nicht mehr so sozial quasi. klar, natürlich, man macht immer noch Sachen irgendwie zusammen und man merkt schon, dass es auch irgendwie mehr zusammenrückt. Aber ja, das ist schon echt schade. Manche Abholungen sind doch komplett ausgesetzt. also da haben wir auch gesagt, beispielsweise haben wir eine Kooperation mit Backshops und da ist eben die Verteilung der Lebensmittel sehr kontaktfreudig, sage ich mal und man muss mit vielen Leuten interagieren, weil man gibt nicht einfach an eine Person zehn Brötchen mit Salami, sage ich mal. Es müssen einfach mehr Leute sein und da wäre sehr viel Kontakt involviert und da haben wir dann gesagt, okay, das können wir im Moment einfach nicht machen. Manche haben auch von sich aus einfach gesagt, wir machen das jetzt nicht. Manche Kooperationen, vor allem die mit zubereiteten Lebensmitteln. Ja. Okay. Und wie genau, also wo genau kommen die Lebensmittel jetzt hin, die abholt, wenn die ganzen Verteilerstellen geschlossen sind? Also es war zum Glück so, dass wir schon im Vorhinein sehr wenig in Verteiler getan haben. Verteiler sind wirklich Lebensmittel Orte, sage ich mal, oder Stationen, wo von Privat zu Privat verteilt wird. Also in Verteiler tun wir oder wir halten unsere Food selber dazu an, keine Abholungen in Verteiler zu tun. Einfach weil das rechtlich eine ziemliche Grauzone ist. Und da wären so oder so nur sehr wenig oder wenige Lebensmittel drin gelandet. Wir machen jetzt extrem viel über WhatsApp und Telegram Gruppen, die auch öffentlich sind. Wir haben zum Beispiel in Boyle, das ist im Stadtteil von Bonn, am Verteiler den Link zu der Telegram Gruppe für den Bereich Boyle hingepappt oder sie wollen es noch hinpappen auf jeden Fall und dass sich eben Menschen darüber einwählen können und auch an den Verteilungen teilnehmen können. Große öffentliche Verteilungen haben wir nie gemacht, weil wir eben sehr schon darauf achten, dass wir keine Versorgungsstrukturen aufbauen. Also wir sind halt nicht die Tafel und das ist aber tatsächlich auch eine Problematik hier, die Tafel hatte zu und wir haben uns wirklich bemüht in irgendeiner Form mit der Tafel, also wir haben Kontakt zur Tafel und haben uns bemüht da auszuhelfen, also dass wir gesagt haben, hey, wir können auch Abholungen von euch übernehmen, wir können die Sachen verteilen, wir brauchen halt einfach nur die Kontakte oder die Netzwerke, die Strukturen haben wir, aber da sind wir leider so ein bisschen und ich mache denen da keinen Vorwurf, da sind wir einfach nur so ein bisschen auf Granit gebissen, also das hat sicherlich absolute Berechtigung, es ist halt einfach nur ein bisschen schade gewesen um die Lebensmittel natürlich und die Menschen, die einfach nichts zu essen hatten und dann gucken mussten, wo sie ihr Essen herbekommen, also ja. Toll. Und wie ist das bei den Backshops und den Mensen, wo ihr gerade nicht abholt, was passiert da mit dem Essen, also wird das dann einfach weggeschmissen? Die Mensen haben zu, also da passiert halt gerade überhaupt nichts, die haben aber auch von vornherein gesagt, wir möchten nicht, also die hatten glaube ich noch ein oder zwei Wochen weiter auf im März und hatten uns aber dann auch schon, ich glaube ich habe tatsächlich die letzte Abholung in der Mensa gemacht und da hatte er mir auch schon gesagt, so nächste Woche braucht ihr nicht kommen, da fing das halt gerade wirklich an mit Corona und da sind wir, also die haben jetzt wie gesagt auch gerade zu und ich weiß auch nicht, wann die da wieder auf uns zukommen. Mit den Backshops, das nehmen wir jetzt tatsächlich auch wieder auf, aber eben als Einzelabholung und weil wir da einen Großabnehmer haben, der eben die Sachen nimmt und eben weiter verteilt, also wir hatten hier immer so Abgabestellen, die uns eben auch komplett weggebrochen sind wegen Corona, weil die auf einmal nichts mehr annehmen konnten und dann wäre halt, also das war auch mit einer der ausschlaggebenden Gründe, weswegen wir gesagt haben, wir können die Backshop-Abholungen nicht mehr machen. Okay. Und wie ist das mit den Menschen von der Tafel? Habt ihr da doch noch irgendwelche Wege gefunden, die Menschen, die dort normalerweise hingehen, zu erreichen? Jein. Also über jetzt diesen neuen Kooperationspartner, der uns eben gerade aus den Backshops die Sachen noch mit abnimmt, das ist einfach über Umwege, das hat sich aber auch gerade daraus formiert, dass die Tafel nicht mehr operiert hat. Ansonsten haben wir zwei oder drei Ersatzabholungen für die Tafel durchgeführt, was aber wirklich nur auf den wirklich starken Einsatz einer Tafelmitarbeiterin passiert ist. Ansonsten war da nichts zu machen. Also da also ich habe wirklich viel versucht. Das war also das war wirklich, ich habe das fast als Niederlage empfunden, aber ja, also das hat nicht, das war sehr blöd. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es gab ja auch diese große Solidarität jetzt, die gegenüber Risikogruppen zum Beispiel gezeigt wurde, wo Menschen voreinander einkaufen gegangen sind. Habt ihr das bei Foodsharing auch irgendwie wahrgenommen? Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich bin mir relativ sicher, dass viele ihre Abholungen auch gerade in also mit einem sozialen Fokus im Hinterkopf betätigt haben. Ich kann für mich sprechen, dass ich das auf jeden Fall auch versucht habe. Da, wo ich konnte, also ich habe hier eine ältere Nachbarin im Haus, die will zwar immer selbst einkaufen gehen, aber da versuche ich dann doch immer zu sagen, hier, ich war wieder abholen, möchten Sie nicht auch noch was haben? und also haben versucht, wo es möglich ist, aufzuzeigen, wie eben im Moment soziale Zwecke unterstützt werden können. Aber wo es dann verteilt wird, das möchten wir den Food Savern auch einfach nicht fortschreiben. Das steht uns nicht zu, dafür ist Food Sharing auch nicht und da muss eben jeder selbst gucken, was er dafür Schwerpunkte setzt. Und hast du das Gefühl, dass Food Sharing in den letzten Wochen oder auch Jahren immer bekannter geworden ist und vielleicht auch gerade, weil immer mehr Menschen auf solche Lebensmittelspenden sozusagen angewiesen sind? Ja, also es ist sicherlich bekannter geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob aus dem Grund, den passt oder aus eher so Klimaschutzgründen, sage ich mal. Also es ist mit Sicherheit bekannter geworden. Und es gibt auch viele bei uns, die eben sagen, wir machen das, weil wir eben soziale Zwecke unterstützen möchten und weil wir eben Bedürftigen helfen möchten. solange das nicht als dazu verwendet wird, sich selbst über andere ab oder zu stellen. Also es ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen, was er mit den Lebensmitteln macht. Und wir versuchen eben auch, das meine ich eben Versorgungsstrukturen, Foodsharing möchte eigentlich nicht existieren. und sobald man Versorgungsstrukturen schafft, macht man sich selbst relevant. Also macht sich selbst zu einem Akteur in dem Ganzen. Und da versuchen wir eigentlich nicht gegenzusteuern, aber wir möchten ja eigentlich wie gesagt nicht existieren. Deswegen sollte das nicht im Vordergrund stehen, sage ich so. Okay. Und wenn wir mal auf die positiven Entwicklungen oder so gucken, also gibt es da irgendwas, wo du denkst, okay, hier ist in der Situation von Corona gerade Potenzial, dass ein Umdenken oder irgendwelche positiven Entwicklungen sozusagen eintreten? Also ganz allgemein gesprochen finde ich es eigentlich gut, dass mal überhaupt übers Ernährungssystem an sich geredet wird. Also die ganze Problematik beispielsweise mit ErntehelferInnen, dass das überhaupt mal zur Sprache gekommen ist, weil ich glaube, das war einfach extrem vielen nicht bewusst, was da alles für ein Apparat hinter steckt Und dass in dem Zuge eben auch gesehen wird, was für einen hohen Spellenwert wir eigentlich unserem Ernährungssystem einräumen sollten. Also jetzt, wo die ganzen Hamsterkäufer am Anfang getätigt wurden und die Regale im Endeffekt leer waren, dass man dann vielleicht einfach gemerkt hat, ja, es ist irgendwie nicht so cool, wenn die Regale leer sind und was man eigentlich, ja, also, dass es wirklich wichtig ist für einen und dass man das immer für so, für gegeben, also für, es ist einfach da, aber es ist eigentlich, weiß ich nicht, es ist so, es ist nicht gesetzt dass es immer da ist und das einfach, dass sich das herausgestellt hat. Für uns jetzt konkret bei Foodsharing, also ich hoffe, oder was ich ganz schön fand, auch wenn alles jetzt online stattfindet, auch unsere Monatstreffen, ist uns doch aufgefallen, dass es gar nicht mal so schlecht ist, vielleicht auch wenn die Kontaktsperre wieder weg ist, also was heißt weg, aber wenn man sich mal wieder treffen kann, dass man vielleicht doch so einmal im Monat so einen kleinen Plautsch macht und wenn der nur online ist, irgendwie so ein halbes Stündchen, das kann auch zu einem bestimmten Thema sein, weil das ist ein Angebot, das können wir machen, also das ist sehr unaufwendig und ja, also das halten wir sicherlich auch bei, vielleicht sogar auch bei den Neulingstreffen, also du meintest ja auch am Anfang, dass ein Problem, warum Lebensmittel zum Beispiel nicht so viel wertgeschätzt werden, der Preis ist, weil der recht niedrig ist und jetzt ist es ja so, dass Gemüse und zum Beispiel auch Spargel wohl teurer werden soll, aufgrund der Situation ist das dann sozusagen eine Chance? Ich hoffe schon, ich habe auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst, dass dadurch natürlich mehr Verschwendung passiert, weil die Menschen so an die niedrigen Preise gewöhnt sind und natürlich in dieser momentanen Situation auch einfach nicht mehr verdienen, sondern eigentlich fast noch weniger als vorher und dadurch kann es natürlich sein, dass gerade bei den saisonalen Lebensmitteln wie eben Erdbeeren und Spargel, dass ich das einfach in Anführungszeichen niemanden leisten kann. dass dadurch eben wieder mehr übrig bleibt und ja, also es ist ein echt zweischneidiges Schwert, aber ich hoffe, dass es einfach als Chance wahrgenommen wird, um den Lebensmitteln ihren eigentlichen Preis wieder zurückzugeben, zumindest auf finanzieller Ebene. Okay. Und genau, dann habe ich noch eine Frage oder eine vorletzte Frage. Genau, also du hast ja schon ein bisschen gerade aufgezeigt, wo im Ernährungssystem schon Schwachstellen sozusagen zu Tage gekommen sind oder aufgezeigt wurden bei fehlenden ErntehelferInnen zum Beispiel oder jetzt in den Schlachtbetrieben. Hast du eine Idee, was als nächstes sozusagen vielleicht in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken könnte? Also es wäre natürlich schön, wenn ein bisschen mehr noch dann, also gerade mit der Problematik, dass ich jetzt zum Beispiel dass das einfach Spargel und Erdbeeren teurer sind und es dadurch wahrscheinlich einfach mehr üblich bleibt, könnte es natürlich sein, dass die Lebensmittelverschwendung in irgendeiner Form wieder in den Mittelpunkt rückführt. Fände ich auch mal wichtig. Also es ist immer so, ich finde es immer so ein begleitendes Thema und man redet mal so ein bisschen darüber und ach ja, es wird so viel weggeschmissen und kommt irgendwie so einmal in der Woche oder so kommt in irgendeiner Tageszeitung auf lokaler Ebene mal so ein kleiner Artikel über den Supermarkt, der irgendwie so viel wegwerfen muss und nicht weiß, was er damit tun soll. Aber so ein richtiger Aufschrei, finde ich, den gab es halt 2012 Mal, aber seitdem ist halt nichts mehr passiert. es war jetzt so ein bisschen auch mit der Schließung der Tafeln und dass halt gesagt wurde, ja und jetzt haben die Supermärkte ja so viel übrig und es wird halt nicht darauf geguckt oder wurde nicht darauf geguckt, ja warum haben denn die Supermärkte so viel übrig und es ist halt immer nur ans Ende geguckt worden und dass doch die Bedürftigen, ich kann das Wort nicht leiden, sorry, die doch nicht versorgt werden können, aber von der anderen Seite her gedacht, sollte eigentlich niemand auf anderer Leute Reste angewiesen sein und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass der Diskurs sich so ein bisschen dreht, also von der anderen Seite das mal aufgezogen wird, das wäre schön, wenn das passiert, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Okay, hoffen wir mal. Ja. Und dann noch als allerletzte kurze Frage, unsere Webinarreihe heißt ja Ernährung ist systemrelevant, würdest du dich selbst auch als systemrelevant bei Foodsharing bezeichnen? Ich würde Foodsharing als relevant fürs jetzige System bezeichnen. Das Ding ist aber, und ich glaube, das unterscheidet uns auch vielleicht so ein bisschen von anderen Akteuren in der Lebensmittelkette, ist, dass wir gar nicht systemrelevant sein wollen. Also wir möchten überflüssig sein. Und das ist aber im jetzigen System definitiv nicht so. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir als letzter Akteur in der Lebensmittelkette schon relevant sind. Okay. Ich habe gesehen, dass jetzt sogar noch eine Frage im Chat aufgekloppt ist. Gibt es Supermärkte, die die Lebensmittel lieber wegwerfen, statt sie zu verteilen, aus Angst, dass nichts mehr gekauft wird? Das gibt es leider. Also es gibt Supermärkte, ich will es nicht auf Supermärkte begrenzen, es ist generell, es gibt welche Betriebe auch immer, die das einfach nicht wollen, aus genau dem Grund. Es gibt noch hunderttausend andere Gründe, die einem immer wieder entgegenkommen, wo man sich so denkt, das ist ein interessanter Grund, den habe ich noch nicht gehört, nehmen wir ihn mal auf, aber ganz oft steckt hinter Absagen auch ein großer Unwillen, also das ist leider so, damit muss man klarkommen, man muss irgendwann aufhören, einfach sich darüber zu ärgern, und ja, also den Grund gibt es leider wirklich. Ja, Isabel, damit sind wir auch schon am Ende unseres kurzen Gespräch. Es war super spannend, deine Erfahrungen da zu hören und genau, Isabel bleibt auch noch bis zum Schluss, vielleicht noch ein paar Minütchen länger da, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch noch später im Raum bleiben und dann die noch mal stellen. Und genau, damit ist es schon Zeit für unsere kleine Take-Home-Aufgabe, und zwar schicken wir euch gleich in kleinen Gruppen und so für circa zehn Minuten und da könnt ihr gemeinsam mal in eure Kühlschränke oder Vorratsschränke gucken und schauen, was ihr davon zum Beispiel in einem Hamster kauft eingekauft habt, was ihr davon verbrauchen könntet in nächster Zeit oder was vielleicht auch einfach sich nur so stapelt, obwohl ihr es eigentlich gar nicht mal so gerne mögt und eigentlich verschenken könntet oder so und dann könnt ihr euch darüber austauschen und im nächsten Schritt auch gucken, wo bei euch in der Stadt die nächste Verteilerstation ist oder Abgabestelle, wo ihr überflüssige Sachen gegebenenfalls loswerden könnt. Die Fragen schicken wir euch dann auch nochmal in die kleinen Gruppen. All right. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine spannende Diskussion und habt alle ein paar Verteilerstellen bei euch ausfindig machen können. so ein bisschen. Genau, und jetzt wird Paulina uns noch eine kurze Zusammenfassung geben zu dem, was wir heute alles gehört haben und wie das zusammen gehört mit unserem letzten Webinar. Bloß keine zu hohen Ansprüche. Nein, aber ich versuche mal einen runden Abschluss hinzukriegen. Vielleicht mal so ein bisschen, wo wir angefangen haben oder was sich bei Foodsharing verändert hat, dass es einfach total deutlich geworden ist, Foodsharing ist irgendwie ein soziales Netzwerk, es basiert auf Lebensmittel teilen, sich begegnen, was zusammen zu machen und das ist auf den ersten Blick überhaupt nicht konform mit Corona-Regeln. Dann kam aber so ein bisschen die Erkenntnis, irgendwie rückt man auch zusammen, weil man merkt, so irgendwie alle, das betrifft ja alle und gerade so neue Formate sich online treffen, das geht auch irgendwie überregional vielleicht, also man, ja, irgendwo sind da auch Chancen auf jeden Fall auch für die interne Vernetzung von Foodsharing und das ist ja irgendwie schon mal schön. Was ansonsten gerade noch zu beobachten ist und ein Foodsharing-relevantes Thema ist, war, dass ja die ganze Lebensmittelverschwendung auch daher kommt, dass Lebensmittel einfach sehr günstig sind. Jetzt gerade werden Gemüse viel teurer dieses Jahr auf jeden Fall, wo ich mich auch gefragt habe, okay, wer kann sich das dann auch noch leisten? Das ist halt die eine Sache und das andere ist, okay, wenn es dann niemand mehr kauft, dann wird der ganze Spargel gerade halt irgendwie umsonst geerntet für ein System, was wir eigentlich gar nicht wollen, aber uns auch nicht laut genug dagegen stellen, weil es existiert ja fleißig weiterhin. Genau, es bleiben, also genau neben diesem Spargel-Ding wird jetzt gerade ja auch sehr deutlich, wie die Arbeitsbedingungen schlagbetrieben sind. Wir sind, naja, ich nenne es mal gespannt, was als nächstes so hoch kommt, aber zumindest das Problem auch, dass viele Leute in Deutschland auf Lebensmittelspenden von Tafeln angewiesen sind oder halt indirekt auch von Foodsharing, die halt solche Einrichtungen oder irgendwie halt Menschen sagen wir mal beliefern, versorgen, auch nicht, Foodsharing will ja nicht versorgen, naja, die aber irgendwo doch davon abhängig sind. Das wird deutlicher, andererseits ist es total wichtig zu unterscheiden, Foodsharing ist eben nicht die Tafel, hat versucht, die Tafel zu unterstützen, gerade wo es geht, da auch die Tafel irgendwie an ihre Grenzen kommt mit den ganzen Regelungen und da ist dann die Frage, okay, ist Foodsharing systemrelevant, wo ich sagen würde, leider ja, so ein bisschen, weil jetzt gerade auf jeden Fall für das System, was wir haben, schon, wir sind nun in der vierten Folge und das vierte Mal wird in Frage gestellt, was für ein System wir da eigentlich haben, ohne dass wir das vor der ersten Folge so richtig intendiert hatten, also außer, dass wir dachten, lieber System kritischer, als systemrelevant und das trifft auf Foodsharing ja auf jeden Fall zu, genau, in der aktuellen Situation ist die Systemrelevanz halt aber trotzdem da und was wir uns irgendwie, ja, glaube ich, dann auch alle wünschen, nicht nur Isabel, ist, dass sich dann die Berichterstattung und der Diskurs auch ändert über lebenswürdige Verschwendung und über diese Versorgungslücken, wie auch immer, die gerade entstehen bei den, ja, den Menschen, die halt zum Beispiel darauf angewiesen sind, dass es eben klar ist, es ist ein Fakt, Lebensmittelverschwendung passiert im Privataushalten und es sind irgendwie gerade viele Personen von der Tafel abhängig, aber es sind nicht die Privatpersonen, die daran schuld sind, dass die Lebensmittelverschwendung so unglaublich hoch ist, sie sind halt eine von vielen und man kann dann einstellen, vom System was verändern, aber da allein irgendwie bei den Privatpersonen anzusetzen und genau, wer trägt der falsche Links, sondern man erinnert an den Superkonsum und an das Wimmelbild und wo man jetzt die Überflussgesellschaft und die Wertschätzung für Lebensmittel steigern kann, zumindest im 1 zu 1 auf jeden Fall, aber da muss auch irgendwie auf höherer Ebene mehr gehen, aber das kann ja auch von unten kommen. würde ich mal sagen. Isabel, möchtest du noch was anschließen? Ich finde, das ist eigentlich wunderbar zusammengefasst. Nee, ich glaube, wenn wir alle einfach ein bisschen darauf achten, auf das, was wir tun, das, was wir sagen, wie wir mit unseren Mitmenschen, aber auch mit Lebensmitteln umgehen, aber es sind immer noch Lebensmittel, die brauchen wir zum Leben, dann sind wir, glaube ich, schon auf dem, auf einem guten Weg, zumindest persönlich. Was das Thema dann angeht, sehen wir dann mal. Ja, vielen Dank einmal Paulina für den schönen Überblick nochmal über einige Kernpunkte und dann auch natürlich vielen Dank an dich nochmal, Isabel, dass du heute da warst und wir deine Erfahrungen oder deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und wie immer hätten wir noch viel tiefer und länger über alles reden können, aber vielleicht ist es ja auch okay, mit so ein paar Fragen heute aus dem Webinar zu gehen und noch weiter darüber nachzudenken und mit Leuten zu diskutieren. Ja, mir hat das super viel Spaß gemacht und uns interessiert natürlich auch, wie ihr es fandet. Wir würden uns super freuen, wenn ihr im Chat noch ein bisschen Feedback schreiben könntet. Also wie fandet ihr es heute? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Und vielleicht auch, wen würdet ihr euch hier wünschen in den nächsten Webinaren? Wen können wir einladen? Wir hatten jetzt schon zwei Personen aus der Landwirtschaft, zwei Menschen aus Cafés. Wir hatten eine Person aus dem Unverpackt-Laden, Isabel von Foodsharing. Gibt es noch andere Akteure, die euch einfallen? Also schreibt das gerne in den Chat und genau, während ihr tippen könnt, genau, kann ich ja schon mal ein bisschen weiter noch erzählen und zwar gibt es nächste oder übernächste Woche wieder ein Webinar, in dem wir neue Perspektiven kennenlernen und werden euch auf Telegram auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, genau, wie es weitergeht und wer beim nächsten Mal kommt und Miriam stellt genau den Telegram-Link auch in den Chat und genau, falls ihr jetzt im Anschluss noch ein bisschen länger da sein wollt, wir bleiben noch ein bisschen im Raum, genau, und ihr könnt mit uns auch euer Feedback per E-Mail schreiben econa.atjano.de und was uns auch immer sehr interessiert, ist, wie wir diese Webinare zugänglich machen können für alle möglichen Zielgruppen, also, falls ihr das Gefühl hattet, dass es schwer war zu folgen oder genau, es dem gewisse Barrieren hier auch bestehen, sagt uns Bescheid, wie wir das in die Richtung verbessern können und ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart und vielleicht bis zum nächsten Mal.